Liebe Absolventinnen, liebe Absolventen, nun sind wir heute an eurem denkwürdigen Tag angekommen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also bleiben wir alle nicht normal und bleibt weiter kreativ. Und ich wünsche euch noch ein wunderschönes weiteres Leben.